Ich bin Benedikt Schmid. Ich bin 21 Jahre alt. Ich arbeite im Marketing und bin auch politisch engagiert. Ich habe sehr, sehr viel Freude an Menschen, wie sie sich verhalten, auch Menschen zusammenzuführen. Wenn es mir schlecht geht, dann überlege ich erstens mal, was sind Faktoren, warum es mir schlecht geht. Geht es mir schlecht, weil ich irgendeine Prüfung versaut habe und dann überlege ich mir, was ich das nächste Mal besser machen kann. Und wenn es um andere Personen geht, wo ich mich z.B. sorge, also z.B. die Kolleginnen oder Kollegen, die Probleme haben, dann überlege ich mir, wie ich diesen Leuten helfen kann. Wenn man mal nicht mehr weiss, wie man mit seinen eigenen Problemen umgehen sollte, dann gibt es immer Hilfe. Es gibt Pro Juventute, es gibt die dargebotene Hand. Aber es gibt auch den Notfallpsychiatrischen Diensten, der rund um die Uhr für einen Unterstützung bieten kann. Und ich rate auch allen, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn es nötig ist. Und es ist absolut kein Grund, sich zu schämen.